Yo, kurze Info, ich streame heute Abend unter dem Namen OneLegoHero auf Twitch, Pokémon Rote Edition. Wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal mit rein, dann können wir auch immer ein bisschen über zukünftige Projekte quatschen. Genau, wie ihr sehen könnt, es wird nostalgisch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. OneLegoHero um 20 Uhr heute und morgen Abend. Schaut rein, wenn ihr Zeit habt. Bis dann und ciao, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister.